Mit Yoga-Emotionen lösen? Kann man mit Yoga-Emotionen lösen? Yoga-Praktiken sind dafür bekannt, dass sie Menschen helfen, emotionale Energie freizusetzen. Während viele Menschen bei Yoga an eine Übung zur Beruhigung des Geistes denken, ist diese Art der Meditation tatsächlich ein kraftvoller Weg, um Zugang zu der Energie zu bekommen, die in ihrem Körper gespeichert ist. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von www.intuition.ch Emotionen sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens und ohne sie wären wir nicht in der Lage, wichtige Entscheidungen zu treffen. Laut dem Neurowissenschaftler Antonio Damasio wird unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, durch unseren emotionalen Zustand beeinflusst. Yoga ist eine großartige Möglichkeit, Emotionen loszulassen und das Herz zu öffnen. Es kann Ihnen helfen, Anspannungen loszulassen, die Sie daran hindern können, voranzukommen. Darüber hinaus können Sie lernen, sich selbst zu vertrauen und sich frei zu fühlen. Yoga hilft auch dabei, Erwartungen loszulassen. Konzentrieren Sie sich beim Üben darauf, in jedem Moment präsent zu sein und versuchen Sie, nicht gegen Ihre Gefühle anzukämpfen. Yogastellungen wirken physisch und energetisch auf den Körper und stimulieren die Meridianlinien, die den wichtigsten Organen entsprechen. Daher können bestimmte Posen bei Menschen starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Während einer Yogastunde können Sie eine breite Palette von Emotionen loslassen. Diese Art des Loslassens ist für Menschen aller Stufen von Vorteil, vom Anfänger bis zum erfahrenen Yogi. Sie sollten sich jedoch darüber im Klaren sein, dass dies nicht jedes Mal der Fall sein wird. Seien Sie daher offen dafür, die Befreiung so zu akzeptieren, wie sie kommt. Den ganzen Artikel mit Yoga-Emotionen lösen? Mit verschiedenen Yoga-Videos finden Sie auf www.intuition.ch. Einfach den Link unter dem Video anklicken.